Herzlich willkommen bei FotoCharlie. Mit unserer kostenlosen Bestellsoftware können Sie ganz einfach Ihre individuellen Fotoprodukte erstellen. Die Software ist in wenigen Schritten installiert. Kicken Sie hierfür einfach auf FotoCharlie.at rechts oben auf Jetzt bestellte Software kostenlos downloaden. Scrollen Sie in der nun angezeigten Seite etwas nach unten und klicken Sie auf FotoCharlie Bestellsoftware. Es öffnet sich nun ein Fenster zum Setup. Klicken Sie auf Datei speichern. Das Setup wird nun heruntergeladen. Öffnen Sie die Datei setup.exe danach mit einem Doppelklick und klicken Sie in dem nun angezeigten Fenster auf Ausführen. Es öffnet sich nun das Setup-Assistent der Bestellsoftware. Folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf Weiter. Im ersten Fenster gilt es, die Lizenzvereinbarungen zu akzeptieren. Lesen Sie diese aufmerksam durch und klicken Sie, wenn dies zutrifft, auf Ich akzeptiere die Vereinbarung. Klicken Sie danach auf Weiter. Bestätigen Sie auch die folgenden Schritte durch den Klick auf den Button Weiter. Die Software wird nun installiert. Klicken Sie danach erneut auf Weiter. Im letzten Schritt klicken Sie auf Programm starten und danach rechts unten auf Fertigstellen. Es öffnet sich nun die Bestellsoftware. Bei der Erstinstallation der Software geben Sie bitte Ihre Daten ein, damit die Software aktiviert wird. Füllen Sie dafür das angezeigte Formular mit Ihrem Namen, Ihren Adressdaten und Ihrer E-Mail-Adresse aus. Klicken Sie danach auf OK. Herzlichen Glückwunsch, die Software wurde erfolgreich installiert. Wir müssen upgrade. Vielen Dank.